Servus, ich bin der Matze. Ich arbeite bei Z-Laser seit 2018 in der Ideenschmiede. Heute möchte ich euch anhand eines Beispiels zeigen, wie wir mit unseren Laserprojektoren das Arbeiten im Bereich von Betonfertigteilen deutlich vereinfachen können. Dafür bin ich zu unserem langjährigen Kunden Concrete Rudolph im Allgäu gefahren. Concrete Rudolph steht für perfekte Betonfertigteile und innovative Ideen seit über 100 Jahren. Sie fertigen nicht nur Skateparks oder Kletteranlagen her, sondern auch Betonfertigwände und Betonfertigdecken. Anhand des Beispiels von Concrete Rudolph möchte ich euch heute zeigen, wie so eine Betonfertigwand hergestellt wird und wie wir mit unseren Laserprojektoren den ganzen Prozess optimieren können. Traditionell kommen manuelle Messgeräte, wie zum Beispiel Zollstöcke oder Lineale, zum Einsatz. Das bietet aber eine extrem hohe Fehlerquote. Das kann allein schon daran liegen, dass der Zollstock falsch angelegt wird oder gar die Messwerte falsch abgelesen werden. Z-Laser bietet hierfür eine Lösung mit Laserprojektoren an. Die ist im Grunde sehr einfach. Der Laserprojektor projiziert die Linien an die Stellen, die zum Beispiel ausgespart werden müssen, an die Schalelemente oder Armierungsteile kommen. Dank der Laserprojektoren werden alle Schritte in der Fertigung verbessert und beschleunigt. Die Laserprojektoren sind mittelspeziell abgestimmte Software in die computergesteuerten Abläufe in der Umlaufanlage eingebunden. Somit sieht der Arbeiter direkt, welches Element er als nächstes legen muss. Bedienelemente, wie die kabelgebundene oder drahtlose Fernbedienung, die speziell für diesen Einsatz konzipiert wurde, optimiert zusätzlich den Bedienprozess. Laser unterstütztes Arbeiten garantiert richtiges und genaues Positionieren von Einzelelementen in der Produktion. Bei Concrete Rudolf kommt unser bewährter LP-HFD2 zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um einen High-Performance-Laserprojektor mit eingebautem Temperaturmanagement. Der sehr zeitaufwendige Prozess des Setzens von Einzelschalelementen kann mit unserem Laserprojektor um bis zu 70% reduziert werden. Wenn auch Sie Ihren Fertigungsprozess optimieren wollen, zögern Sie nicht und fragen Sie uns an. Z-Laser hilft Ihnen gerne mit innovativen Lösungen. Z-Laser